Hallo, heute stelle ich euch unsere neue Kühlerserie MC1 vor und nein, es handelt sich nicht um CPU, sondern um M.2 SSD-Kühler. M.2 SSDs sind im modernen PC-System mittlerweile ganz normal. Ich denke, jeder hat zumindest vom Vorteil gegenüber herkömmlichen SSDs gehört. G-Schwindigkeit. Und um diese maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit für einen längeren Zeitraum zu gewährleisten, müssen diese kleinen Ränder gekühlt werden. Denn ab einer bestimmten Temperatur wird die Geschwindigkeit sonst nach und nach immer weiter gedrosselt. Unsere Serie besteht aus zwei Varianten. Einmal MC1 und MC1 Pro. Beide bieten die Möglichkeit, einseitig und beidseitig bestückte M.2 2280 Module zu kühlen. Bei der MC1 Pro ist eine Healpipe verbaut, die die Wärme noch schneller verteilen und ableiten kann. Beide bieten die Wärme noch schneller. Für wen ist nun welches der kleinen Schmuckstücke geeignet? MC1 ist für Gelegenheitsnutzer und den Alltag genau das Richtige. MC1 Pro bietet mit seiner Healpipe eine schnellere und effizientere Kühlung und ist damit bei größerem Datenverkehr die noch zuverlässigere Variante. Lautlos sind sie natürlich alle beide. In diesem Sinne, stay quiet!